Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalterschaft fortsetzen können Und wir wollen uns heute mit dem Thema des Dankes oder des Dankopfers beschäftigen Wir haben gesehen, dass ein Haushalter ein Mensch ist, der verwaltet das Gut des Anderen Der verwaltet das Gut Gottes Er hat kein eigenes Gut, er kann kein Eigentum besitzen Er hat die Fähigkeit, diese Verwaltung auszuführen und Verantwortung gegenüber dem Eigentümer einzunehmen Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass Gott dem Verwalter gewisse Teilgaben abverlangt, wenn man so will, gegeben hat Die sollen ihm bewusst machen von dem Zustand, in dem er ist und seiner völligen Hingabe Der Zehnte, die besonderen Dankesgaben, wir werden heute sehen darüber Der Sabbat, der eine Tag der Ruhe Alles sollten ein Zeichen sein für die komplette Hingabe Wir müssen uns erinnern, dass als Gott den Menschen schuf All diese Dinge nicht notwendig waren Weder der Zehnte war notwendig, noch die besonderen Dankesgaben Der Sabbat war eingesetzt, ein Tag der Ruhe Wir haben gesehen, des Aufhörens von dem Sammlungswerk Das war auch in Eden so Aber die anderen Dinge waren nicht so Weil es gab nicht die gefallene, sündige Natur Der Mensch war in Einklang mit Gott Alles war da, er war völlig Gott hingegeben Aber jetzt nach dem Fall in die Sünde Kommen Dinge in das Leben des Haushaltes Die müssen wahrgenommen werden Und so muss der Haushalter jetzt zurückkommen Zu seiner Fähigkeit, Haushalterschaft zu führen Und wir haben in einer der Betrachtungen gesehen Dass der erlöste Haushalter nicht mehr da ist Nur jetzt für die Erde, um das Leben hier zu halten Sondern er soll da sein, um die Menschen, die verloren sind Herauszuholen aus ihrem verlorenen Zustand Und dafür hat er jetzt eine andere Aufgabe bekommen Die er erfüllen soll Als Haushalter Gottes, als der Gesetze Gottes Als des Evangeliums Gottes Dass man den Menschen ruft Zur Befreiung und zur Erlösung Und so war diese Aufgabe Ist in dieser Aufgabe notwendig Dass man Zehnten gibt Weil es Menschen sein müssen Die können nur für diese Aufgabe da sein Für die Erlösung des Menschen Und wir haben gesehen Der Sabbat ist ein Bild geworden Für die Erlösung des Menschen Der Befreiung aus der Gefangenschaft Und der Sklaverei Ägyptens Und jetzt wollen wir uns ein wenig die Dankesgaben anschauen Und wir wollen uns sehen Was ist das Ziel der Dankesgaben oder der Dankesopfer Einen Dank kann man nur darbringen Wenn man einen Grund dafür hat Die Dankbarkeit muss eine Substanz haben Weshalb man es tut Und hier hat Gott das so eingerichtet Dass man Dankopfer bringen soll Und da gibt es viele Elemente Die in diesem Dankopfer vorkommen Ich möchte aber eins hervorheben Und eins lesen Das, was uns deutlich macht Welches das Ziel der Dankopfer war Ich lese hier im dritten Buch Mose Im siebten Kapitel Wo es über die Dankopfer ist Und ich lese dort ab Vers 28 Und der Herr redete mit Mose und sprach Rede mit den Kindern Israel und sprich Wer dem Herrn sein Dankopfer tun will Der soll darbringen Was vom Dankopfer dem Herrn gehört Er soll es aber mit seiner Hand Herbringen zum Opfer des Herrn Nämlich das Fett soll er bringen Samt der Brust Dass sie ein Webeopfer werde Vor dem Herrn Und der Priester soll das Fett anzünden Auf dem Altar Aber die Brust soll Aarons und seine Söhne sein Und die rechte Schulter sollen sie dem Priester geben Zur Hebe von ihrem Dankopfer Und welcher unter Aarons Söhnen Das Blut des Dankopfers opfert Und das Fett Das soll die rechte Schulter sein Zu seinem Teil Denn die Webebrust und die Hebeschulter Habe ich genommen von den Kindern Israel Von ihrem Dankopfer Und habe sie dem Priester Aaron Und seinen Söhnen gegeben Zum ewigen Reich So Wenn man das Opfersystem natürlich Nicht versteht Wenn man nicht weiß Was ist gemeint mit dem Fett Und mit dem Fleisch Und was das alles soll Dann ist das natürlich erst mal Ein bisschen verwirrend Aber ich hoffe Dass wir Ein bisschen die Symbolik Aufweisen können Das Fett In demselben Kapitel Sprich Gott Soll nicht gegessen werden Das Fett sollte Bei jedem Opfer Entfernt werden Weil es stellte Den Irrtum dar Gott hat ihm etwas Physisches benutzt Um etwas Geistiges zu erklären Und so Sollte das Fett Den Irrtum des Herzens Bewusst machen Deshalb bringt Der Der Opfernde Ein Teil Des Fleisches Des Opfers Aber vor allen Dingen Das Fett Nimmt der Gans heraus Und Dieses Fett Muss der Priester nicht essen Sondern Verbrennen Auf dem Altar Weil es ist das Was aus dem Menschen Durch die Erlösung Entfernt wird Und Dann Sollte das Teil des Fleisches Dem Priester Zustehen Zur Speise So wie Der Zehnten Dem Priester Zustand Damit Er Die Versorgung Seines Haushaltes Und des Werkes Im Tempel Erfüllen kann So Ganz einfach gesehen Ist also Das Dankopfer Ein Opfer Das Jemand Bringt Weil ihm der Irrtum Seines Herzens Bewusst gemacht wurde Er Realisiert Durch das Dankopfer Die Befreiung Vom Irrtum Das ist die Verbrennung Des Fettes Die Kosten Für die Befreiung Schätzt er Er gibt Nämlich Das was vom Opfer Da ist Dem Priester Er bringt auch Andere Dinge Noch da Im Dankopfer Gewisse Brote Die man Gebacken hat Und Er geht Fröhlich Davon Er ist Befreit worden Ein Dankopfer Beinhaltet Das was Letztendlich Die anderen Opfer Auch beinhalten Gott hat durch Verschiedene Bilder Versucht Immer Dasselbe Denselben Grundsatz Zu erklären Die Not Unseres Herzens Wie viele Menschen Kennst du Die dankbar sind Kennst du dich Als einem Dankbaren Menschen Ist in dir Die Dankbarkeit Etwas was Wie ein Wie soll ich sagen Wie ein tägliches Wie ein tägliches Gedankenbilder ist Worauf du Dich immer wieder Erinnerst Ich muss sagen Eines der Schwierigen Dinge Die wir Im Kampf Mit unserer Natur Haben Im Kampf Mit dem Irrtum Unseres Herzens Ist Zu realisieren Die Die Größe Der Befreiung Und des Prozesses Der Befreiung Die für uns Gemacht Wurde Und Durch Gottes Gnade Durch seinen Geist In uns auch Bewerkstelligt wird So Schauen wir uns Ein wenig an Was macht Den Menschen Dass er Undankbar ist Was macht Den Menschen Unzufrieden Was macht Ihn Dass er nicht Ein fröhliches Dankbares Leben Führt Wo liegt Der Irrtum Und wir alle Wissen Er liegt In unserem Herzen Wir sehen ihn Nicht einmal Wir uns Betrügt Deshalb Finde ich Dass ein Christ Genauso wenig Dankbar ist Wie ein Nicht-Christ Oder zumindestens So erlebe ich es Und ich erlebe es In meinem eigenen Herzen Zu sehen Wie die Dankbarkeit Nicht so Präsent ist Wie die Anderen Dinge Warum denn Nicht Hier in unserem Herzen Haben wir Eine falsche Identität Wir denken Wir sitzen Auf einem Thron Und jeder Der auf einem Thron Sitzt Als Mensch In unserer Sündigen Natur Der hat Erwartungen An andere An Gott Und an mich Und er hat Nicht nur Erwartungen Sondern auch Forderungen An andere An Gott Und an sich So Der Mensch Hat Erwartungen Und Forderungen Die er stellt An andere An Gott Und sogar an sich Er ist unzufrieden Wenn ihm das Und jenes Nicht Gelingt Und er Sieht nicht Dass all diese Erwartungen Und Forderungen Ihn unglücklich Machen Der Mensch Sieht Seinen Gewinn In der Erfüllung Der Forderung Oder Der Erwartungen Wenn Jeder Ihm seine Erwartungen Erfüllt Dann geht es Dem Menschen Gut Und er sieht Natürlich Den Verlust Darin Dass er nicht Bekommt Das was er Fordert Und dass er Nicht bekommt Das was er Erwartet Und jetzt Müssen wir Schauen Das was Der Mensch Fordert Und erwartet Ist An sich Nicht Schlechtes Er Will sein Bedürfnis Stillen Das ist Liebe Wahrheit Gerechtigkeit Immer dann Wenn der Mensch Mit Ungerechtigkeit Konfrontiert wird Mit Dingen Die nicht so sind Wie sie Sein sollen Geht er In einen Zustand Der Unzufriedenheit Des Zorn Des Streits Des Kontrollzwangs Der Macht Ausübung Und ich könnte Noch weiter Fort Erschreiten Diese Dinge Zu zählen Aber Wir alle Verstehen Diesen Prozess Weil wir haben ihn alle Schon erlebt Wenn unsere Erwartungen Und Erforderungen Nicht erfüllt Werden Dann Dann sind Wir nicht Dankbar Dann sind Wir nicht Glücklich Aber wir sind Nicht Nicht glücklich Weil dem Anderen Ein Missgeschick Passiert Sondern wir sind Glücklich Weil wir uns Als Opfer Dieser Dinge Sehen Und so Wenden wir Gewalt an Wir sind zornig Wir streiten Wir sind Unzufrieden Und das Führt dann Zur Folge Der Krankheit Des Körpers So lasst uns mal Das uns Genau vor Augen Führen Einem Menschen Wird ein Unrecht Getan Das Unrecht Ist Unrecht Wenn jemand Jetzt zum Beispiel Was Böses Über einen Anderen Spricht Und der Der Über den Gesprochen Würde Hört Dieses Böse Was über Ihn Gesprochen Wird Dann Wird Er Das Sofort In seinem Herzen Von der Warte Wo er Sitzt Beurteilen Müssen Und beurteilt Er Aus der Aus der Sache Ich bin Gott Mir Muss man Meine Forderung Erwartung Und Erwartung Erfüllen Mir Darf man Keine Ungerechtigkeit Tun Mich Von Über mich Darf man Nicht Überreden Über mich Darf man Nichts Kommen Lassen Was Nicht Stimmt Ist Es Nicht Aller Unsere Verständnis Aber Jetzt Wird Das Übel Über Uns Gebracht Und In diesem Übel Zerstören Wir Uns Selbst Weil Wir Dagegen Vorgehen Wenn Es Etwas Gibt Was Der Menschlichen Sündige Natur Am Meisten Widerstrebt Dann Ist Es Das Unrecht Auszuhalten Dann Ist Es So Wie Gott Wie Jesus Ja Sagt In der Bergpredigt Dankbar Zu Sein Oder Zumindest Nicht Zu Widerstreben Dem Der Übers Tut Er Sagt Hier Ab Vers 38 In Matthäus 5 Ihr habt Gehört Dass Da Gesagt Ist Auge Um Auge Zahn Um Zahn Ich Aber Sage Euch Dass Ihr Nicht Widerstrebet Sollt Dem Übel Sondern So Dir Jemand Einen Streich Gibt Auf Deinen Rechten Backen Dem Biete Den Andern Auch Dar Und So Jemand Mit Dir Rechten Will Um Deinen Rock Nehmen Dem Lass Auch Den Mantel Und So Dich Jemand Nötigt Eine Meile So Gehe Mit ihm Zwei Gib Dem Der Dich Bittet Und Wende Dich Nicht Von Dem Der Dich Abborgen Will Ihr Habt Gehört Dass Da Gesagt Ist Du Sollst Deinen Nächsten Lieben Und Deinen Feind Hassen Ich Aber Sage Euch Liebet Eure Feinde Segnet Die Euch Fluchen Tut Wohl Denen Die Euch Hassen Bittet Für Die So Euch Beleidigen Und Verfolgen Auf Dass Ihr Kinder Seid Eures Vaters Im Himmel Denn Er Lässt Seine Sonne Aufgehen Über Die Bösen Und Über Die Guten Und Lässt Regnen Über Gerechte Und Ungerechte Denn So Ihr Liebet Die Euch Lieben Was Werdet Ihr Für Lohn Haben Tun Nicht Dasselbe Auch Die Zöllner Und So Ihr Auch Nur Zu Euren Brüdern Freundlich Tut Was Tut Ihr Sonderliches Tun Nicht Die Zöllner Auch Also Darum Sollt Ihr Vollkommen Sein Gleich Wie Euer Vater Im Himmel Vollkommen Ist Jesus Macht Also Klar Aus Dieser Sündige Natur Wenn Wir Auf Dem Thron Sitzen Und Denken Uns Schuldet Jemand Gerechtigkeit Uns Schuldet Jemand Ehrlichkeit Uns Schuldet Jemand Respekt Dann Werden Wir Nicht In Der Lage Sein Das Hier Auszuführen Wir Werden Uns Sträuben Weil Gott Hat Das Ja So In Uns Geist Gelegt Dass All Was Unrecht Ist Uns Widerstrebt Und Das Ist Richtig Unrecht Widerstrebt Uns Es Ist Nur So Dass Wir Es Als Unser Unrecht Ansehen Als Persönlich Gegen Mich Würde Ich Erkennen Dass Das Unrecht Gegen Gott Geschieht Dann Könnte Ich Mitleid Haben Mit dem Der Unrecht Tut Und Könnte ihm Sagen Okay Du Schlägst Die Backe Des Herrn Von Mir Aus Kannst Du Auch Die Andere Backe Des Herrn Schlagen Du Nimmst Den Mantel Oder Den Rock Ich Lass Dir Auch Den Mantel Du Du Zwingst Mich Eine Meile Zu Gehen Ich Gehe Zwei Weil Ich Wende Nicht Meine Kraft Auf Nicht Meine Zeit Für Das Was Ich Tun soll Merkt Ihr Dass Das Für Uns Menschen Nicht Etwas Ist Was Möglich Ist Merkt Ihr Dass Das Wenn Diese Sündige Natur In Uns Bleibt Wir Uns Immer Selbst Zerstören Werden Ganz Egal Welchen Glaubens Wir Sind Deshalb Ist Die Erkenntnis Dass Etwas In mir Falsch Ist Etwas In mir Falsch Deutet Das Was Andere Tun Nicht Die Tat Selbst Die Deuten Wir Richtig Wir Deuten Nur Falsch Wem Sie Angetan Wird Und Durch Diese Fehldeutung Nehmen Wir Uns Gefangen Und Unser Leben Ist Kein Dankes Leben Es Ist Kein Zufriedenes Leben Auf dem Gesicht Eines Christen Sieht Man Nicht Das Licht Des Himmels Leuchten Dessen Licht Wie Der Heiland Hatte Der Lieben Kann Die Feinde Segnet Die Fluchen Tut Wohl Denen Die Hassen Bittet Für Die So Euch Beleidigung Verfolgen Auf Dass Ihr Kinder Seid Eures Vaters Himmel Das ist Der Beweis Dass Wir Kinder Sind Des Vaters Himmel Weil Er Ist Genauso Ihm Wird Böses Angetan Jesus Christus Kommt Kommt Der Vertreter Des Vaters Und Er Beweist Dass Der Vater Böses Erdulden Kann Er Beweist Dass Gott In seiner Liebe Frei Ist Von Dem Was Die Menschen Im Antun Jesus Beweist Durch Durch Seinen Wandel Dass Er Sich Zu Keinem Bösen Was Ihm Angetan Hat Gerecht Hat Oder Es Gegen Sich Persönlich Genommen Hat Obwohl Es Gegen Ihn Gerichtet War Obwohl Der Vater Und Er Eins Waren Jesus Hat Das Nicht Getan Jesus War Und Blieb Das Völlige Vorbild Eines Charakters Gottes Der Gewalt Frei Ist Der Nicht Ein Leben Der Unzufriedenheit Des Zornes Des Streit Der Kontrollzwang Und Der Macht Aus Übung Gelebt Hat So Ein Mensch Kann Nicht Ein Dankes Leben Führen Er Kann Auch Kein Dank Opfer Bringen Solange In Seinem Herzen Dieses Fett Bleibt Solange In Seinem Herzen Dieser Gedanke Dass Man Mir Unrecht Getan Hat Vorhanden Bleibt Dieser Gedanke Wird Jeden Menschen Des Glückes Und Der Freude Rauben Und Das Ist Was Christentum Ausmacht Das Ist Die Umwandlung In Die Wahrheit Wie Sieht Die Wahrheit Aus In Meinem Herzen Sehe Ich Als Ein Geschöpf Gottes Als Kind Jesus Jesus Häufig Ein Kind Genommen Er Gesagt Wenn Ihr Nicht Werdet Wie Ein Kind Das Heißt Nicht Unvernünftig Wie Ein Kind Sondern Vertrauenswürdig Seine Abhängigkeit Bewusst Als Wenn Ich Weiß Ich Bin Ein Geschöpf Dann Verschwinden Alle Erwartungen Und Forderungen An Andere Aus meinem Leben Dann Habe Ich Nicht Mehr Die Erwartung Dass Mir Jemand Gerechtigkeit Tut Dann Habe Ich Nicht Mehr Die Forderung Dass Jemand Mich Nicht Anlügen Darf Dann Habe Ich Nicht Mehr Die Forderung Dass Jemand Nicht Falsches Hinter Meinen Rücken Spricht Ich Bin Dann Frei Weil Ich Weiß Die Wahrheit Sagt Mir Als Geschöpf Gottes Ist Der Gewinn In Der Erfüllung Meiner Aufgabe Nicht In Erfüllung Der Aufgabe Anderer Nicht Was Andere Tun Zählt Sondern Das Was Ich Tue Ist Gewinn Oder Ist Verlust Indem Ich Nicht Erfülle Meine Aufgabe Die Mir Gott Gegeben Hat Ich Muss Also Erkennen Wenn Ich Das Nicht Erfülle Was Gott Mir Aufgegeben Hat Zu Tun Dann Habe Ich Verlust Aber Das Habe Ich Doch Unter meiner Kontrolle Wenn Ich Ein Geschöpf Gottes Bin Wenn Ich Nicht Ein Geschöpf Gottes Bin Dann Ist Wenn Die Anderen Nicht Erfüllen Ihre Pflicht Dann Bin Ich Böse Weil Ich Sitze Auf dem Thron Wenn Ich Aber Nicht mehr Auf dem Thron Sitze Wenn Dieses Fett Verbrannt Wird Wenn Es Entfernt Wird Wenn Der Irrtum Aus Meinem Herzen Weg Kommt Dann Sehe Ich Die Realität Und Dann Habe Ich Mitleid Mit dem Anderen Ich Bin Zufrieden Ich Bin Freundlich Ich Bin Froh Ich Habe Frieden Geduld Güte Das Das Eigenschaften Die Hat Man Gegen Über Denen Die Böses Tun Die Dankbarkeit Ist Ein Ausdruck Dass Ich Von Anderen Nichts Mehr Für Mich Erwarte Oder Fordere Weil Solange Wir Das Tun Wird Unser Leben Kein Zufriedenes Sein Wir Werden Nicht Fröhliche Und Freundliche Menschen Sein Die Geduld Wird Nicht Unser Vorzeigeschild Sein Die Güte Wird Aus Uns Nicht Heraus Kommen Alles Was Aus Uns Heraus Kommen Wird Sind Die Früchte Des Fleisches Und Das Hier Sind Die Früchte Des Geistes Gottes Das Ist Die Umwandlung Sicherlich Habe Ich Hier Die Zwei Bilder Als Komplett Dargestellt Und Wir Müssen Wir Haben Ja Gesehen Es Muss Zu Kompletten Umwandlung Kommen Dass Das Ein Prozess Das wissen Wir Alle Das Haben Wir Häufig Schon Betrachtet In Dieser In Diesem Studium Über Die Haushalterschaft Aber Es Ist Wichtig Dass Wir Verstehen Dass Der Kontrast Wenn Wir Unzufrieden Sind Dann Sind Wir Im Irrtum Sind Wir Zufrieden Sind Wir Freundlich In der Not Nicht Wenn es Nicht Um Die Not Geht Weil Ihr Habt Hier Gelesen Wir Haben Hier Gelesen Denn so Ihr Liebet Die Euch Lieben Was Werdet Ihr Für Lohn Haben Das Tun Nicht Dasselbe Auch Die Zöller Das Das Heißt Die Die Sünder Sind Die In ihrer Sündigen Natur Sind Die Können Auch Lieben Die Sie Lieben Wenn Keiner Zu Mir Unfreundlich Ist Dann Ist Alles Super Für Mich Was Tue Ich Ja Mit Dem Der Unfreundlich Ich Hab Früher Gesagt Wenn Meine Frau Tut Alles Was Ich Will Und Sicherlich Das Was Ich Will Ist Nicht Schlecht Dann Ist Sie Und Ich Glücklich Ist Das Nicht Ein Großer Irrtum Lebe Ich Denn Von Dem Was Meine Frau Tut Lebe Ich Von Ihrer Einstellung Oder Lebe Ich Von Meiner Nach Wassen Einstellung Richte Ich Mich Wer Ist Denn Derjenige Nach Dem Ich Mich Orientiere Und Von Wem Ich Nehme Nach Dem Gesetz Nehme Ich Nach Gott Oder Nehme Ich Von einem Menschen Wir werden Versuchen In den nächsten Stunden Auch Etwas Konkreter Zu Betrachten Aber Entscheidend Ist Dass Ich Verstehe Wenn Ich Unter Dem Kontrollzwang Bin Wenn Ich Unter Der Macht Ausübung Bin Wenn Ich Geärgert Bin Über Andere Dann Bin Ich Im Irrtum Dann Kann Ich Kein Dank Opfer Bringen Dann Kann Ich Nicht In Tempel Gehen Und Etwas Tun Und Dank Bringen Das Geht Nicht Weil Ich Muss Doch Erst Die Sündige Natur In Mir Abtöten Durch Die Gnade Gottes Und Und Wahrheit Muss Die Stelle Einnehmen Es Ist Keine Leistung Zu Lieben Die Nett Und Freundlich Sind Es Ist Keine Leistung Mit Jemandem Einverstanden Zu Sein Der Immer Korrekt Ist Der Ordentlich Ist Der Nichts Sammelt Das Ist Keine Leistung Und Das Ist Etwas Was Vor Dem Himmel Nicht Anerkannt Wird Weil Er Sagt Der Zöllner Kann Dasselbe Auch Aus Der Sündige Natur Ist Alles Was Wir Tun Falsch Aber Sie Kann Nicht Nach Außen Hin Das Unrecht Erdulden Und So Ihr Euch Nur Zu Euren Brüdern Freundlich Tut Was Tut Ihr Sonderliches Tun Nicht Die Zöllner Und Sünder Das Auch Das Zöllner Ist Die Sache des Sünders Auch Darum Sollt Ihr Vollkommen sein Gleich Weil Vater Im Himmel Vollkommen Ist Es geht Um Eine Komplette Umwandlung In unserem Herzen Die Wahrheit Muss Platz Nehmen Dann Meine Lieben Dann Verschwindet Auch Die Krankheit Aus unserem Körper Die Gesundheit Des Körpers Ist Ein Beweis Der Dankbarkeit Der Zufriedenheit Der Freundlichkeit der Freude Des Friedens Der Geduld Und der Güte Weil sie ist das Ergebnis Des Ausübens des Geistes Der Wahrheit Deshalb war Jesus gesund Deshalb hat er an keiner Krankheit gelitten Er hat die Dinge um sich gesehen Ja was er gesehen hat hat er nicht unbedingt fröhlich gestimmt wegen dem Umstand aber in seinem Herzen hat er seinem Vater vertraut und er hat nie versucht mit Zwang die Dinge zu verändern Jesus hat nicht ein Herz gehabt obwohl er die Last der Sünde getragen hat das unzufrieden war mit jedem Umstand er konnte dem Judah sagen Freund als er hinterhältig kommt um ihn zu küssen das ist nicht eine Leistung eines Menschen der auf dem Thron sitzt in seinem Herz und sagt du darfst mich nicht hintergehen du darfst mich nicht betrügen du darfst nicht mich anlügen nein das ist nicht sondern das ist die Haltung des Menschen der versteht der andere darf alles tun was er will Gott wird der Richter sein Gott wird am Ende entscheiden was tust du sonderliches wenn du deine Brüder liebst was du sonderliches wenn du nur die liebst die nett sind dein Glaube hilft dir zu nichts es ist sinnlos ein Glaubensleben zu führen wenn in unserem Herzen nicht diese Umwandlung stattfindet dass wir dankbare Wesen sind nicht dann wenn alles gut läuft sondern dann wenn die Dinge nicht gut laufen dann wenn man meint um sich herum machen die Menschen einen fertig dann wenn man sich als Opfer sieht und das sieht man sich auch nur im Ehrtum dann kommt es hervor was wirklich in unserem Herzen ist und können wir dann segnen die uns fluchen können wir wohltun denen die uns ablehnen meine lieben das ist göttliche Kraft wer das tut wird so wie der Vater vollkommen sein weil die Taten beweisen das die Gesundheit des Körpers hat es mich gelehrt ein unzufriedener Mensch ein Mensch der unter Kontrollzwang lebt ein Mensch der Macht ausübt tut ein Mensch der sammeln muss ein Mensch der nicht geben kann alles was er hat liegt in einem tiefen Irrtum und in seinem Körper widerspiegelt sich sich das in einer außergewöhnlichen Art und Weis so lasst uns unseren Körper nehmen als eine Einheit die nicht lügen kann als eine Einheit die uns hilft zu sehen bin ich ein zufriedener Mensch oder ein unzufriedener bin ich ein dankbarer und bringe ich dieses Dank Opfer Gott weil ich realisiert habe ich bin frei geworden von dem Irrtum meines Herzens so erinnern wir uns nochmal und schauen wir uns das Ganze nochmal an der Irrtum des Herzens muss bewusst werden die Befreiung vom Irrtum muss man realisieren die Kosten der Befreiung schätzen ein Leben der Freude führen und ich habe mir hier einige Beispiele genommen auch die Lektion hat dieses Beispiel der Simon der Pharisäer der vom Aussatz befreit wird und die Maria Magdalena die haben etwas gemeinsam der Simon verführt sie zur Sünde und die Maria Magdalena wird eine sogenannte Prostituierte und der Simon hat eine Not er wird zum Aussätzigen und Jesus kommt und er heilt beide er befreit den Simon von seinem Aussatz er vergibt ihm die Sünde die er getan hat und er befreit die Maria von ihrer Sündenlast die dämonisch war jede Sündenlast ist dämonisch aber sie war hier in einer besonderen Situation nicht schlimmer als der Simon nicht dass wir denken dass die Maria schlimmer dran war als der Simon sie mag in der in der in der Folge schlimmer dagewesen sein aber der Simon hatte dieselbe Not weil wir alle im Herzen dieselbe Not haben und jetzt lädt Simon ein den Heiland zu einem Dankes fest er will sich bedanken für das was er ihm getan hat nämlich dass er ihn vom Aussatz befreit hat Simon sieht so aus wie wenn er ein Dankes Opfer bringt die Maria kommt auch zum Fest aber sie hat in diesem Fest ist sie wahrscheinlich nicht eingeladen oder wie auch immer es war sie kommt dahin und sie bringt ein kostbares Gefäß mit mit kostbarem Parfüm und schüttet es aus und weint und und ölt den Heiland und salbt ihn für seinen Tod weil sie hatte verstanden er soll sterben das ist nicht weit weg von seinem Tod von der kreuzigen Jesu und jetzt ist und hat der Geist Gottes das so gebracht diesen Umstand zusammen dass man zwei Menschen sieht die anscheinend dankbar sind der eine ist es wirklich der andere ist es nicht wirklich in seinem Herzen der Simon bringt ein Dankes Opfer aber wenn ich es so sehe aus einer sündigen Natur und die sündige Natur sagt oh ich danke dir du hast mich befreit von meinem Aussatz und die sündige Natur wenn ich auf dem Thron bin ja kommt von gleich zu gleich und führt etwas vor es ich kann ja nichts auf mir liegen lassen ich muss ja was zurückzahlen das ist nicht Dankbarkeit das ist kein Dankes Opfer wenn ich etwas zurückzahlen will aber sehr häufig verstehen wir das nicht richtig und das müssen wir in unserem Herzen prüfen ist unsere Dankbarkeit wirklich ein Dankes Opfer wo wir erkennen dass der Irrt in unserem Herzen entfernt ist oder ist es nur eine Dankbarkeit weil wir denken oh wie fein dass uns jemand gesund gemacht oh wie fein und letztendlich wenn er ein Heiler ist ein Arzt so soll er mich auch gesund machen und ich bin dankbar ich zahle ihm das Geld ich gebe ihm die Krankenkasse oder was auch immer das ist ein Kommerz das ist nicht Dankbarkeit die Maria Magdalena hat wie viel in dieses Gefäß getan alles was sie hatte wir vergessen nicht den Grundsatz entweder du gibst alles oder du gibst nichts es gibt immer nur alles geben oder nichts lasst uns das ganz klar und deutlich wissen die Maria gibt alles weil sie vom Heiland alles genommen hat weil sie von ihm alles genommen hat und die Wahrheit ist in ihrem Herzen und sie hält nichts zurück das kostbarste was sie hat es ist nur ein Teil ganz klar aber es symbolisiert es darstellt es stellt alles dar der Simon gibt von seinem Überfluss er gibt nicht wie die Witwe die alles gibt er gibt nicht wie der Maria Magdalena er ist nicht wirklich dankbar und jetzt erinnert ihn Jesus daran und Jesus sagt dem Simon zwei Schuldner der eine wurde viel vergeben dem andere wenig 50 zu 500 und Simon versteht dass er der größere Schuldner ist aber es nicht realisiert hat was Jesus mit ihm getan hat die Vergebung seiner Sünde hat er nicht wahrgenommen was für eine große Last er befreit wurde er war vergeben er war vom Aussatz geheilt aber in seinem Herzen nicht umgewandelt deshalb macht Gott dieses diese zwei Kontraste an diesem Tisch das alles sehen und Jesus sagt was Maria getan hat wird immer im Evangelium verkündigt werden weil sie hat etwas getan was zeigt dass der Irrtum entfernt ist aber du Simon ich bin zu dir gekommen du hast mir die Füße nicht gewaschen siehe da was sie tut du bist derjenige dem die größere Schuld vergeben ist und du hast es nicht einmal gemerkt und als der Simon durch das Bild Marias durch die Worte Jesu merkt dass er steht vor einem der höher ist als nur ein Mensch der etwas weiß in seinem Herzen da hat er sich bekehrt Simon hat erkannt und ist zu einem dankbaren Menschen geworden er hat gesehen und erkannt den Irrtum seines Herzens und er hat die Befreiung die ihm Jesus angeboten hat realisiert und so konnte er auch die Kosten schätzen und er hat danach ein Leben geführt der Freude wir haben die zehn Aussätzige Jesus heilt sie alle sie gehen alle und zeigen sich dem Priester das war so der Priester war der Arzt der musste sehen dass sie wieder aufgenommen werden konnten in die Gesellschaft die neun Juden und der eine Samariter so nehme ich an weil der 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 zurückkam war ein Samariter warum haben von zehn nur einer die Befreiung geschätzt ist das nicht verwunderlich macht das nicht einen zum nachdenken wie tief der Irrtum in unserem Herzen sein muss dass wir nicht schätzen was Gott für uns getan hat dass wir nicht schätzen und sagen ich bring das Dankes Opfer ich bin so dankbar dass ich befreit wurde und ich bring es nicht nur wie ein Geschäft ja stand mir ja zu du hast ja nur deinen Job getan Herr nein der eine Aussätzige kommt zurück weil er den Irrtum seines Herzens bewusst gemacht wurde er realisiert und er schätzt die Befreiung und er geht geheilt im Herzen nach Hause während die anderen es nicht tun der Äthiopier der Mann der nicht weiß was er liest in Jesaja 53 er ist durcheinander er ist er sieht nicht was los ist er ist unzufrieden und jetzt kommt der Philippus und erklärt ihm die Schrift und Äthiopier lässt sich taufen er macht den Irrtum seines Herzens und die Bibel sagt dort im Kapitel 8 von der Apostel Geschichte und der Mann ging seinen Weg mit Freuden warum weil jetzt hat er erkannt jetzt bringt er sein Dankes Opfer jetzt kann er alles geben es nur ein wenig das Dankes Opfer aber es ist alles was er gibt und so gibt es viele Beispiele und ich möchte dich fragen wo siehst du dich bringst du dein Dank Opfer dem Herrn als Erkenntnis dass er alles für dich getan hat bringst du es mit der völligen Erkenntnis wovon er dich befreit hat und auf welchem Weg du bist realisierst du realisiere ich das große ich sag jetzt nicht geschenkig die große Gabe die Gott für den Menschen realisiert hat und getan hat wer Dank opfert der ist wohlgefällig nicht weil Gott den Dank braucht Gott braucht doch keinen Dank es ist der Dank der Macht auch uns zu anderen Menschen nicht Gott Gott ist derselbe Gott braucht keine Opfer er braucht weder Sündopfer noch Schlachtopfer noch Brandopfer noch Dankopfer noch Lobopfer noch Hebopfer oder wie sie alle heißen Gott braucht doch die nicht sie sind doch nur eine ein Bild für das was an uns geschieht wovon wir befreit werden wie diese Lektion bereitet habe ich mir vorgenommen ich möchte mir sehr ich möchte bewusster werden der großen Gnade die ich von Gott bekommen habe der großen Aufgabe die er mir gegeben hat und in meinem Herzen dankbar sein zufrieden durch alle Situationen die er mich führt zufrieden und fröhlich in Not die Güte Gottes möchte ich auslieben mit den Menschen die ungut zu mir sind ich möchte die Freude die Geduld die Freundlichkeit jedem Menschen zeigen nichts aus einem Drang heraus nicht aus einer religiösen Haltung sondern aus dem aus der als Folge der Umwandlung meines Herzens ich bin noch nicht ganz so weit aber ich bin unterwegs und ich möchte eines Tages völlig frei sein von diesem Irrtum und ich möchte eines Tages diese Sanftmut Christi diese Demut mit denen die mir Unrecht tun zeigen ich denke schöneres gibt es nicht als das was in Matthäus 5 am Ende steht ab Vers 38 leben zu können weil das bedeutet vollkommen sein wie euer Vater im Himmel das bedeutet ein Haushalter sein der Gaben Gottes durch ein richtiger Haushalter sein der Gaben Gottes Amen Amen